So, willkommen zurück bei einer Runde Far Cry 3. Single Player. Joa, ähm, wir können ten theoretisch in diesem Part mal, oder in der Aufnahme jetzt, rein theoretisch zu heut Stützpunkt gehen, mach ich aber nicht. Ne, ich werde zuerst mal hier gucken, dass ich die restlichen... Oh, warte mal. Äh, nein. Äh, ja. Ähm. Äh, Außenposten. Ups. Ja, verdammt, wir haben ja schon alle Außenposten. Wir haben erst 52 Relikte. Äh, 8 von 20 Briefe der Verlorenen. Was gibt es noch? Speicherkarten. Ah, Speicherkarten können wir machen. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal nur die Speicherkarten. Die, äh... Joa, Speicherkarten und mal ein paar Briefe. Äh, wie soll ich sagen. Also, Speicherkarten und Briefe werden ja theoretisch auf der Map angezeigt. Ähm... Was ist das? Shop. Speicherkarten und Briefe. Da ist ein Brief. Hm. Jetzt sagen wir, wir reisen direkt mal kurz schnell dahin. Und dann gucken wir mal, ähm, dass wir uns mal ein paar Maps kaufen. Die man da so kaufen kann. Die zeigen einem dann alle Objekte an. Also auch Maps, äh, Briefe und alles. Und ja, jetzt werden wir uns erstmal den einen Brief da schnappen. Ganz jedigen. Ui! Boot? Boot? Boot oder Jetski? Hallo! Süßer Jetski! Guck mal, Wasserfall. Waterfall. Juhu! Aua, halt. Pfff. Ah, Hilfe, Hilfe! So, go, go, go. Go, go, go. Ey, weg dich, du Arsch. Ja, okay, da unten müsste es irgendwo sein. Ich glaube, da unten ist Wasser, oder? Ja, komm, springen wir einfach mal runter. Jo, perfekt, Wasser. So. 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 Moment mal, jetzt gucken wir mal, wie viele Briefe wir noch brauchen. Noch elf Stück. Boah. Mal gucken, ob wir da spontan noch welche sehen. Ich befürchte ja fast nicht, aber hier liegt noch eine Speicher-Karte. Die holen wir uns auf jeden Fall mal. Wenn sie schon so direkt neben einem Spawnpunkt-Dings da, Schnellreisepunkt liegt. Ja, perfekt. So. So. Ah, genau, Pfazis-Jägers-Aufgaben können wir auch mal machen. Und dann machen wir die nächsten paar Aufnahme-Sessions wahrscheinlich, äh, äh, Scharfschützen-Gewehr erlegst. Oh, mach, mach, mach. 208 Meter, okay, dafür brauchen wir kein Auto. Ich meine, im echten Leben, schon im echten Leben würde ich niemals 200 Meter ohne Auto laufen. Nein, Quatsch, aber... Ja, wir auch mal. Hui. Ah, oh. Hallo. Scharfschützen-Jagd. Leoparden. Ah, okay, ich darf auch mein Gewehr benutzen. Sehr gut, sehr gut. Ja, guck mal, da ist auch schon der Erste. Pam. Noch zwei Stück. Ja, heute mal den einen Direktmarker wieder verkaufen für 20 Dollar. Die werden's ja noch voll rausreißen. Wenn überhaupt für 20. Bin ich froh, wenn ich so viel krieg. Keine Chance für dieses. Boah, Ice Cold so voll. Übrige Tiere, eins. Komm, innen noch. Eins noch. Komm, komm, komm. Okay. Hallo. So. Komm, los. Ja, so. Ja, stimmt. Genau, es gibt da auch Geld. Und von dem Geld kann man sich da Maps holen, kaufen. Welche man wiederum für andere Dinge, wie zum Beispiel... ...diese Briefe da einsetzen kann. Und da nochmal kurz ein Gleiter. Kann auch nochmal eine Runde fliegen. Und dann suchen wir erstmal... ...nach, nach, 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 nach. Da ist so ein Brief. Perfekt. Nein, nee. Was ich noch kurz gucken wollte, bei Fähigkeiten. Haben wir das mit dem Sturzschaden schon? Nö, glaube nicht. Oder? Ah, doch. Hm. Weil ich irgendwie immer noch viel zu viel Sturzschaden kriege. Na, egal. So. Ja, pass. Hui. Jeppe. Hopp. Boah. Leckiger Marsch. Es macht so Bock. Es ist richtig geil. Oh. Da hinten irgendwo. Ah, genau. Da rein. Dann geht's wahrscheinlich da runter. Und voll den Militär-Basis-Stützpunkt. Fick da. Jawoll. Jawoll, ja. Ja. Guck mal, da gibt's grüne Pflanzen. Die rauch ich am liebsten. Die grünen. Ja, siehie. Finde ich übrigens toll, dass das Far Cry 3 LP eigentlich so gut geguckt wird, ey. Das ist echt verblüffend. Ich hätte eigentlich gedacht, dass viele sagen so, nee, Far Cry oft gesehen macht jeder zweite. Bruch ich nicht. Aber guck dann doch. Überraschend viele muss ich ehrlich mal. Zugeben hier. Ich würd sagen, wir reisen direkt kurz schnell dahin. Mal eben, gschwind, schnell und so. Ja, nö. So, dann können wir direkt auch kurz die Leopardenfälle verkaufen. Und zwar hier. Man muss jedes Mal von neuem runterzoomen. Es ist dort nicht doll. Es läuft ganz runter. Dann noch mehr und dann noch mehr. So. So, dann können wir mal kurz auf Karten gehen. Die hab ich ja alle schon. Ähm, Objekte. Oh, hab ich echt alle? Bro, hab ich. Oh. Komm, kaufen wir die mal. Ich hab euch alle gekauft. Kann nicht sein, ey. Oh. Okay. Komisch. Egal. Dup, 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 dup. Lalalala. Boah, fettes Militärfahrzeug. Fettig. Nehmen wir. Fetter, hässlicher Typ. Richtig schön. Kein Sound. Wah. Ah ja, wah. Äh. Papp. Ja, sieh. Hält so Bomber aus. Arschloch. Ich hab doch gehubt. Ja, gut, eigentlich nicht. Boah, wie weit das weg ist denn? Boah. Klasse, wie shit. Robo. Komm, ey. Oh, der kann nicht durchs Wasser fahren. Echt jetzt. Schwul. Was bist denn du für ein Auto? Ich hab da sogar mein Corsa. Summer. Okay, meine Kameraden. Kameraden. Hallo. Da wird ziemlich trist hier ein bisschen, oder? Oh, da, ja. Jetzt müsste ich eigentlich nur noch einen neuen brauchen, oder? Guck mal, grüne Pflanzen, ne? Und ein Fähigkeitspunkt. Ja, weiß. Idiot. Steht da einfach vor dem Bär hin, ey. Boah, so ein Idiot, ey. Läggst du mich ja mal. Oh, du. Noch ein Brief. Halt, Moment. Fähig. Fähig. Geil. Dann hör. Hier haben wir alles. Hier brauchen wir noch das. Und das geht noch nicht. Hier haben wir auch alles. Das heißt, nur noch hier. Geht. Das haben wir schon. Jetzt brauchen wir da. Du findest mehr Geld beim Besuchen von Gegnern. Du hältst von... Duell leist weniger Schaden bei Tierangaben 5. Hm. Brauche ich das wirklich unbedingt? Ich habe eine Karte schon bis... Obwohl, ich habe alle Karten. Also... Ja. Danach die beiden. Und dann halt das Letzte, wenn wir es dann haben. So. Äh. Handbuch. Ich habe schon wieder vergessen. den Brief noch. Okay. Neun Stück noch. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwo einen sehen. Boah. Sind hier viele Kisten. Leck mich am Arsch. Ich würde fast schon sagen... Ne. Noch nicht. Muss man machen. Ey. So viele Kisten. Leck mich am Arsch. Da muss man jetzt hin und alle Kisten kurz plündern. Kein Ding kommen. Machen wir mal kurz. Mal eben geschwind. Ja. Ne. Ne. Bei. So. 170 Meter. Da fahr ich doch mit dem Auto hin. Ja. So. Das ist natürlich kein Ding hier. Kein Bock zu laufen. Und so. Da. Stopp. 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 Aber so auf einem Haufen sind die Kisten anscheinend gar nicht. Verdammt. Egal. Jetzt bin ich schon mal hier. Jetzt bin ich auch allein mit dir. Er ist ganz klarer Ding so. Hä? Hallo? Da oben wahrscheinlich. Hä? Äh. Ah. Da oben. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Und ab zu den nächsten Kisten. Also die sind da voll weit auseinander. Er leckt mich mal. Hallo. 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 Äh. 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 Das zeigt auch das Geld an, das da nur so rumlägt. Also. Da vorne. Da geht's hoch. Guck mal. Guck mal. So. Die Kiste noch mitnehmen. Und dann ist da vorne oben noch irgendwo eine Kiste. Omo ist auch noch. Guck mal.